Wir stellen hier Posamenten her, wir weben, wir haben extra einen alten historischen Handwebstuhl dabei, der aber auch in unserem täglichen Gebrauch noch verwendet wird, auf dem wir dann Borden nachweben können. Und ansonsten haben wir die Handarbeit hier und machen kleine Quasts. Es war anlässlich einer Abendveranstaltung, an der wir teilgenommen haben zum Thema Zelten, haben wir die große Quaste gemacht, genau von der Art her, wie wir auch unsere kleinen Quasten herstellen. Und ansonsten werden wir hier auch ein bisschen drehen und vorführen, wie die ganzen Sachen funktionieren und gemacht. Hier haben wir einen Teil, also den Mustervorhang der Bayerischen Staatsoper, die hier in München hängt. Das war eine Zusammenarbeit von Posamenten Müller und der Firma Buchele. Die haben den Vorhang genäht und wir haben die Posamenten dazu gefertigt. Und hier habe ich natürlich den Mustervorhang als Ausstellungsstück da dafür. Wo man auch anfassen kann und das Ganze mal etwas näher betrachten als immer auf die Entfernung.